Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan Mission, Properly Paranoid, in der Mission, in der wir drei verschiedene Spielstile an den Tag bringen müssen. Es gibt vorweg keine Story, also es wird hier nur erzählt, dass uns hier eine kleine Prüfung auferlegt wird. Und wir können uns aussuchen zwischen Klepto, Vigens und Skuddle. Die Sache ist, bei Klepto müssen wir bestimmten Lootwert stehlen und dann abhauen. Bei diesem Schwierigkeitsgrad müssen wir alles töten, also quasi gegen alle Gegner antreten können. Und hier müssen wir beides kombiniert erledigen. Schauen wir uns das erst mal an. Twice you have been made the pawns of the Keepers, and twice the world has been saved. Keeper-Written-History-Books are tuning a great profit to the underground organizations. Too bad they forget to pay you royalties. Confident in their enemy and more, so in their magical and mechanical security. There is no skeleton crew left at the base by the work of the Knights. Time to collect your commission. Also es ist im Grunde, dass es hier keine rechte Aufgabe ist, sondern es soll nur hier ein bisschen erzählen, was genau, warum wir das machen und was uns dann erwartet. Dann natürlich, wenn wir unsere Objekte erledigt haben, sollen wir wieder zum Roof quasi escapen. Also wir sollen wieder, eigentlich glaube ich da, wo wir starten, sollen wir eigentlich wieder zurückkehren. Ich glaube, das ist sogar da, wo wir starten. Ich habe es, wie gesagt, nochmal reingeschnökert, aber ich habe es nicht lange gespielt. Ich wollte nur mal gucken, was es auf sich hat. Da es keine Beschreibung gibt für diese Mission. Also es wird auf jeden Fall magische und mechanische Wachanlagen geben, die wir ausweichen müssen. Ich glaube sogar auf jeden Schwierigkeitsgrad, wenn ich mich nicht irre. Aber es soll auf jeden Fall immer anders sein. So, hier wurde es nochmal ein bisschen anders erzählt. Und zwar heißt es hier am Ende Das sollen wir quasi alle menschlichen Gegner auslöschen, plus Roboter, die es wahrscheinlich gibt. Und hier haben wir am Ende Hier sollen wir irgendwelche Bomben legen, aber zusätzlich noch den Lootwert zusammensammeln. Your payment for this job is inside. Make it worth your time and grab 1300 in loot. So, locate the three demolition charge. Ich würde sagen, da das drei verschiedene Schwierigkeitsgrade sind, die sich unterscheiden, spielen wir erstmal auf Klepto, damit wir die Karte besser kennenlernen, gehen danach ins Metzlvergnügen über und danach machen wir wohl die größte Herausforderung, die es gibt. Los geht's. Ah, genau. Also ist das hier unser Startpunkt. Also Oh, Eiltrank. Ich kann euch jetzt schon verraten, es wird eine etwas längere Map werden, aber wir werden unseren Spaß haben. Warum jetzt hier die ganze Zeit diese Hafen stehen, weiß ich nicht. Oh, diese Musik. Oh ja. Das ist genau das, was ich brauche. Ähm, und zum Spielen dieser Mission wird auf jeden Fall ein bestimmtes Skript. Oh, das kann ich nicht öffnen. Warte mal. Oh, das ist unser Kompass. Das ist Flies, oder? Ne, das ist nicht Flies, aber das hier ist Flies, oder? Diese Musik irritiert ein wenig, aber... Ah. Ne, halt, warte, das ist nur ein Fenster. Hä? Hm. Nur zum Verstecken wahrscheinlich. Okay. Dann zeigen wir mal... Hier sind übrigens nochmal die Ziele. Escape using the Roof und 1400 Loot. Und das hat, glaube ich, gar keine Karte. Noch ein Badezimmer. Urinale. Das muss die Herren, äh, die Herren Toilette sein. Sieht aber cool aus hier. Vom Design her. Ich hoffe nur, diese Musik ist nicht irgendwie Copyright. Das Problem hatte ich bei der Mission The Box. Uh, was haben wir denn hier, Feines? Feuerfeil, Wasserfeil, Erdfeil, wollte ich sagen. Also Moosfeil. Die vier Elemente. Und die sind einfach nur abgeschlossen hier. Keinen Gegner bisher gesehen. Vielleicht tauchen die Gegner auch erst auf, wenn ich höheren Schwierigkeitsgrad nehme. Oh, jeder Arbeitsplatz hat so seine Lichtquelle. Hm. Ich hab keinen Seilfeil. Shit. Da ist doch definitiv da oben irgendwas. Das kann doch nicht so sein, nicht? Da oben, da leuchtet was so komisch. Das war's rot. Es gibt bestimmt einen Weg, da irgendwie hinzukommen. Bis jetzt noch alles ziemlich ruhig. So richtig lootmäßig haben wir noch nichts gefunden. Aber es heißt ja, dass wir den... ...dass wir den meisten Sachen hier... ...entkommen müssen. Oder ausweichen müssen. Anson Keeper Andrews, I would recommend you have for the city, street, children... ...that simple box of cooking... ...wollt... Okay. Also das muss die Antwort sein Ah ok also Ach und da ist der Schlüssel Für die Box wahrscheinlich Stealing from homeless children You are so wrong You know that right Das ist mir hier Völlig wurscht Ich klaue was ich klauen möchte Junge Aber einfach je das So Okay Mit Licht macht sich das ein bisschen besser Das Ganze Auch wenn das Licht nicht unbedingt Unser Freund ist Es gibt so viele Sachen Aber wahrscheinlich ist das auf den höheren Schwierigkeitsgrad Alles relevant Wie gesagt man weiß ja nicht wie Oh Kamera Okay da hinten sind wir lang gelatscht Die Kamera kann man ausschalten Da kann man her Okay Solange die Kamera läuft kann ich in diese Räume nicht rein Das heißt wir brauchen einen Sicherheitsschlüssel Ich höre was Fallen Okay Diese Tür ist auch verschlossen Hier ist aber keine Kamera Die davor steht Dann ist ein Zepter Okay ich habe mir die Reihenfolge eingeprägt Abgeschlossen Ein dunkler Raum Hammeriten Raum Oh Small Statue Eine Statue die ein Schlüssel ist Und alles mögliche Hammerarten hier Okay Ich denke mal Vielleicht ist der nützlich Nur die Frage ist für welche Was Vielleicht für hier Oh man kann sie knacken So eine lächerliche kleine Falle Würde mich doch nicht aufhalten Oh 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 gut Die Tür geht nicht Die Tür geht wieder auf Ich hatte jetzt Angst Dass ich jetzt hier drin gefangen bin This painting is being so sorry for Achso okay Das Bild ist weg High voltage Die Frage ist Ist denn diese Bilder Mit diesen Dingern gesichert Bestimmt Warte Test Ja Okay man hat eine gewisse Zeit Also hier passiert nichts Okay Die Statue Hm Hm Eine kleine Mistkamera Man sieht eigentlich kaum Dass ich wirklich im Dunkeln bin Also hier unten Hier bin ich nicht So hier bin ich dunkel Da kann ich aber nicht gucken Okay Das ist doch Ah verdammt Von wo war das Das sagt mir sogar was Dieser Anime Metal Plates Metal Plates Okay wozu sind die da Okay das werden anscheinend Art Schlüssel sein für mich Hier haben wir noch Leuchtis Hier haben wir eine Nachricht Frank I'm calling I'm sick tomorrow Could you cover For me And light the torches In the hammer room Thanks Josie Ja in den hammer room Hat er ja natürlich alles Das Licht ausgemacht Oder ist das der hammer room Seltsam Dass das da oben so leuchtet Vielleicht hat das Oh was Ich konnte gerade da hochklettern Irgendwas zu bedeuten hat Ne ich glaube nicht Oder Ich bin mir nicht sicher Oh ich habe ein ungutes Gefühl Bei diesem Raum Oho der brauche ich was Ob hier die Metal Plate benutzt werden muss Ne Sehr interessantes Level Ziemlich Alter Schwede Hier brauche ich nicht Hier brauche ich wahrscheinlich eine Fackel Was zum Teufel ist das denn hier Brauche ich den Lukas oder was Oh das sieht aus wie eine Falle Gut Jetzt weiß ich was das ist Die Falle wird aktiviert und Ja gut Es war nur um Loot zu sammeln Wir sind auch gut dabei Younger Sons und Mädels You enter the room You sense that something Power is guarding its treasure Steel with Cotion Ich habe nicht gespeichert Wie geht Was zum Fick war das Eeeh was bist du denn Stirbt Zombie Äh Mumie Oh 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 Okay Was steht denn hier Feines drauf The curse of the mummy's treasure Mumie Von Mumie das treasure Mami das treasure Ehm The general then who threw the way The body The ruling the class of the Busser of Nodoni And has alternated the body And the sacrifice Actuated undisqueration But we announce the bodies of the king Is perfectly decontent and rest Too long The treasure remains with the room Once we move the creature will awaken And begin searching for the stolen goods Okay der sucht uns sobald wir das Zeug gestohlen haben The crates of Saturn's difficult situation Then trying to repair or move these artifacts in the event the objective must be removed A special wards don't know As the death's wards must be placed at the room entrance Hmm Ich verstehe Ich verstehe Also ich kann das auch verhindern Ich habe sie jetzt natürlich niedergeschlagen Aber ich muss hier was rein Ein 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 Artefakt Reinbringen Also das ist schon mal sehr viel cash was ich hier kriegen könnte Ich kann es damit abschießen, okay Ob es das vielleicht funktionieren würde Ich lade mal Ich suche erstmal, ob ich das irgendwie entschärfen kann Das Ganze So, also das ist Das muss ich noch lösen hier, das Rätsel Die Torches gehen alle an, sobald er erweckt wird Die Tür kriege ich nicht auf Echt interessant Warte mal, kann ich hier leicht Es sind drei Gemälde, die ich stehlen kann Kann ich die vielleicht mit dem Metalplate austauschen Warte mal, wir probieren das mal Metalplates sind die Dinger Das ist so genial Nein, nein Nein, 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 nein Verdammt Wieso hat das nicht funktioniert Okay, funktioniert es? Oder werde ich jetzt ungebracht? Hier, da ist der Punkt Aber muss hier natürlich schnell sein Warte, wo ist es? Na, wo ist der Punkt? Da war er irgendwo Fingerspitzengefühl Oh, ich sehe ihn nicht Oder warte mal, wir machen das schnell So Alle Gemälde gestohlen Ohne das, was passiert ist Ich bin halt ein Meisterdieb Ein Meistermeister So Und das war der Hinweis darauf Wo man das hier gesehen hat Die Metallplatte Das Ding kriege ich immer noch nicht auf Wir gehen nochmal nach oben Ansonsten eine sehr interessante Map Ich kann ja mal probieren Ob die Türen aufgehen Oh hier, das Zeichen der Hüte Oh, da liegt doch was Ein Lucky Coin Sogar zwei Lucky Coins Auf einmal Oh, da ist noch mehr Da ist noch einer Okay Die Sache ist, wenn die Kamera losgeht Wird hier die Post abgehen Die Sache ist nur Kann ich die Kamera entschärfen Auch ohne Schüssel Ja Ich glaube, das muss ich sogar Weil sonst würde ich das hier Gar nicht durchhalten Ist eigentlich kein Problem Man muss nur wissen, wie Mir gefällt das bisher Ist eine kleine Herausforderung Gut Das Ding ist deaktiviert Man hört zwar das Ding noch Aber Jetzt kann ich mich an diese Türen wagen hier Na gut Die hätte ich vielleicht auch noch knacken können Mit richtigem Timing Speichern Was ist das hier? Äh Danger Gas Gas Oh Wie gemein Wie soll ich denn da sonst rangekommen? Oder muss ich es ausschießen? Oh Oder einfach ausmachen Wie wäre es damit? Ein Unsichtbarkeitstrank Steht einfach nur Unsichtbarkeit Okay Das hat doch bestimmt einen Grund Warum wir einen Unsichtbarkeitstrank bekommen, oder? Wo könnten wir einen Unsichtbarkeitstrank gut gebrauchen? Bei Kameras Zum Beispiel Die Mumie vielleicht Das ist wie gesagt Eine Short Mission Ich weiß gar nicht, wie viel es hier überhaupt noch gibt Nachher ist das hier mit der Mumie schon alles gewesen Und dann heißt das nur auf den nächsten Schwierigkeitsgraden was anderes Oh Gott Das ist der Talisman Das Wort Das ist der Todes Totenwächter So Wenn wir den haben Können wir damit die Mumie Einhalt gebieten Und zum Teufel sind wir denn jetzt gelatscht? Achso Das war das hier Wo nichts war Wo vielleicht später noch was ist Genauso wie das hier Die Bibliothek Die macht jetzt noch keinen Sinn Aber vielleicht später Diese Musik Die ist so intensiv Wobei wir haben noch eine verschlossene Tür gehabt Die keinen Sinn gemacht hat Achso, ich muss ja da lang Okay Jetzt ist die Frage Muss ich den einsetzen, nachdem ich gestohlen habe? Oder davor? Ah, ich muss sie einsperren damit Okay Ich habe mir sowas ein bisschen gedacht So Also Zack, 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 zack Oh Gott, das wird so schwer Da muss ich wirklich schnell sein Okay Okay, wie viel Loot habe ich? 872 Habe ich alles genommen? Ich gucke nochmal rein Ich habe die alle gestohlen Und habe mir die abgehauen Was habe ich gesagt? 878 Warte mal Ich würde ihnen aber sicher gehen Dass ich nichts vergessen habe Das heißt, die stehen jetzt nochmal alles in Ruhe Ist mir egal, ob der auftaucht Weil dann kann ich nämlich Ähm Achso, halt, das war der falsche Speicher Dann kann ich nämlich Sagen, ja gut, ich habe alles Weil wenn das Ding zu ist, ist es zu 872 Gut Also ich habe alles Und auch noch ein paar Dolche Die ich mir aufhebe Vielleicht brauche ich sie für was So Diese Tür ist verschlossen Lässt sich nicht öffnen Wir haben aber immer noch nicht 1400 zusammen Die Mumie ruht Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas übersehe Ah Da habe ich das Bild die ganze Zeit angeschaut Ja Oh, hallo Und ihr wundert euch, wieso ich jetzt hier so einen Schnitt gemacht habe Ganz einfach Ich muss ja hier doch ein bisschen rätseln Und zwar sind diese Flares Doch nicht unnötig So, quick save Und wir Müssen jetzt Zu den Hammeritenraum Denn viele dieser Rätsel hier Beziehungsweise viele dieser Räume Sind, äh, nicht nötig für uns Also jedenfalls nicht auf diesen Schwierigkeitsgrad, den wir gerade haben So Das ist der Raum der Raum der Hammeriten Hier habe ich länger verbracht Weil ich dachte Irgendwie musst du das Ding anzünden Da habe ich es mit Feuerfeilen versucht Aber die Feuerfeile reichen nicht Der Hinweis war die Flair am Ende Die man hier auch im Raum findet Bloß ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen mehr mitnimmt Aber ich glaube, ich schaffe es mit ein diesmal So Damit können wir jetzt diese Flair wieder mitnehmen Und wir haben jetzt hier noch zusätzlichen Loot bekommen Um, ohne an unser Ziel zu kommen So Jetzt gehen wir aber zurück Ui Denn ich bin ja an einer Sache hängen geblieben Und ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, wie man bei der Bibliothek In den oberen Bereich kommt Achso, das hatte ich alles ausgestellt Sie ist schon mehr so lange her Achso Und der Anfang hier Der war auch sehr interessant Und zwar Erstmal hat man hier den Seilpfeil Weil du musst Um zurückzukommen Müssen wir auf das Dach kommen Und das Dach Können wir hier rüber gar nicht erreichen Das heißt, ich wäre so oder so Hängen geblieben So Das Musikrätsel War schwierig Aber auch gleichzeitig nicht so War eigentlich ziemlich einfach rauszufinden Aber war schwierig durchzusetzen Warte mal, jetzt muss ich den Raum finden Wir müssen In den einen Raum zurück So, das hier hat noch keine Bewandtes Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was das hier ist Ob das hier noch irgendwie ein extra Dingens ist So, hier müssen wir rein Ich dachte anfangs, man muss irgendwas mit den Lichtern hier machen Weil man alle Lichter ausmachen kann Aber naja, die Melodie ist wichtig Das Problem ist, wenn ich keine Noten habe Ist das schwierig, das nachzubimmeln Also, es sind fünf Töne Und du musst herausfinden Welche fünf Töne Jeweils welche Harfe ist Die sind nicht exakt genau dieselben Sondern sie haben nur dieselbe Tonlage Also Wie kann man das ein bisschen erklären Für die Leute, die sich jetzt mit Musik nicht auskennen Also Der Sound, den ihr gehört habt Hat, wenn man das jetzt als Noten betrachtet Dieselbe Line Wie das, was die Harfe spielt Die hört sich nicht genau exakt so an Hat aber dieselbe Klanghöhe Also müssen wir dieselbe Klanghöhe erwischen So, warte mal Das habe ich mir irgendwie aufgeschrieben Ich habe mir so ein kleines Schade, vielleicht kann ich es euch einblenden Ich weiß noch nicht Ich habe mir so eine kleine Notenblatt zusammengebastelt Und Da sieht man quasi Welche Harfe, welchen Ton hat Und in welche Reihenfolge ich das dann spielen müsste So, Moment Ich muss das Blatt mal umdrehen Ich muss nämlich verkehrt rumspielen Ich habe es nämlich von Von tief auf hell, glaube ich, gesetzt So, als erstes brauchen wir diesen Ton hier Und wichtig ist, man darf das nicht zu schnell machen So, jetzt würde Der da dran kommen Dann würde der dran kommen Oder Nee, doppelt Oder war ich richtig? Und dann den hier Moment Moment, Moment Habe ich mich Ich habe es doch vorhin hingekriegt Oder muss ich es doch so rumhalten? Nee, dann ergeben die Zahlen ja keinen Sinn Ich muss es verkehrt rumhalten Also Beginnt mit denen hier Oder ich war zu langsam Das kann auch sein Also Irgendwie bin ich gerade Äh, mache ich jetzt alles gerade verkehrt? Ich glaube, ich war zu lange in dem Level Also, nochmal Der hier Ah, warte mal Nee, warte mal Warte mal Warte mal Jetzt muss ich mal kurz die Reihenfolge angucken Achso, warte mal Doch Ich habe es verkehrt rum Stimmt Stimmt, 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 stimmt Hä, dann fange ich aber mit dem da hinten an Wenn ich es von der Seite angucke Dann ist das Nummer 1 Okay Ich vertraue darauf Also Dann habe ich mich doch verdreht Dann kommt der hier Dann kommt der hier Warte mal kurz warten Jetzt klicken Okay Ist schwierig Ist schwierig, wirklich Mann Der Sound hört sich anders an Als das, was die Hafen abgeben Aber Wie gesagt Wenn man sich ein bisschen mit Musik auskennt Dann kann man es machen Ich habe das wirklich verkehrt rum hingelegt Deswegen habe ich die Reihenfolge gerade Durcheinander gebracht Äh Ich musste wirklich in die verkehrt rum Richtung spielen Naja Das war auf jeden Fall die Lösung Ich hoffe ihr habt das euch gemerkt Und damit haben wir die 1400 Und damit das erste Level geschafft Also Den ersten Schwierigkeitsgrad Denn Jetzt ist alles erledigt Wir Brauchen den ganzen Scheiß Nicht den man noch sonst kriegt Weil das alles für den Höheren Schwierigkeitsgrad Wichtig ist Den wir dann gleich spielen werden So Und wir gehen jetzt erstmal hier hoch Denn den Seilfall konnten wir am Anfang ja mitnehmen Hopp Und können jetzt das Level verlassen So Denn hier ist der Obere Bereich Wo wir eingebrochen sind Und das zählt als Ende im Gelände Auftrag erfüllt So Und wir haben 100% der Beute Außer einen einzigen Secret Oh Den Raum habe ich noch vergessen Den habe ich auch schon lange gelöst Aber der war für mich nicht so relevant Weil das Zeug was man bekommt Braucht man hier nicht unbedingt Aber damit es ein 100% wird Deswegen Ähm So Die Sache ist Auf den Schwierigkeitsgrad Den wir hier spielen Sind alle Pfeile die man vorher einsammelt Genau in der richtigen Stelle Das heißt Äh Je nachdem wo man welchen Pfeil gesammelt hat Wie zum Beispiel Wasserpfeil Der war hier unten Öffnet sich hier ein Bereich für den Wasserpfeil Da kriegt man mehr Wasserpfeile Feuerpfeile war da oben Zum Einsammeln Dann kriegt man hier noch mehr Feuerpfeile Und eine Mine Wie gesagt Das hat später Ich denke mal in ihren weiteren Missionen Was Relevant ist Hier war Moos drin Und ganz oben war Gaspfeil Scout Treasure Hunter Haben wir es gleich mal Gleich Äh Rucki Zucki Noch mit erledigt So Und damit haben wir Dann wirklich die Die 100% So Halt die müssen zur Bibliothek Ich laufe schon wieder Total unnötig So Warte mal Ich kann auch hier hoch oder Ja ich kann auch hier hoch Das habe ich noch nicht verstanden Hier was das Rätsel hier hat Aber vielleicht wissen wir das dann In der nächsten Nennen kommender Mission Also in der kommenden Schwierigkeitsgrad Ich könnte jetzt so natürlich Das Level auch beenden Aber Ihr wollt doch bestimmt sehen Was es in den anderen Schwierigkeitsgrad gibt Und ich natürlich auch Aufdruck erledigt So und jetzt haben wir Alles Was ich wollte So Vorzuhren können wir nicht Deswegen nur ein neues Spiel Und jetzt kommen wir ins Äh Vengenz 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 Ich um meinen Anspruch Äh Ausdrucksweise Hier müssen wir Wie schon mal erwähnt Oh da war es steuer Ich habe gerade gehört Hier müssen wir Ah hier ist die Kamera wieder an Alle umbringen Also Loot ist hier egal Realität ist die Flamme Lied Oh da war es Gib mir Kraft So Mattress Ob hier das Rätsel Mit den Hafen Trotzdem funktioniert Äh Schon wieder vergessen Wie es ging Achso ich muss hier hinten anfangen Ich habe schon wieder fast verdreht Das Secret kriege ich trotzdem Oh ich kriege Feuerpfeile Diesmal kriege ich andere Pfeile So jetzt machen wir die Kamera aus Wir könnten sie in die Luft jagen Aber ich glaube ich spare mir die Pfeile So dann machen wir schnell die Kamera aus Dass wir hier rumlaufen können Ich will den Alarm trotzdem nicht auslösen Bin mir nicht sicher was dann passiert So jetzt geht es wirklich ums Töten Unds Töterisieren Also alle Mechanisten Und was alles was damit zu tun hat Müssen wir zerstören So jetzt macht es hier natürlich noch Drehgeräusche Obwohl sie halt Achso die Dinger kann ich glaube ich Konnte ich ja Kann ich selbst Doch hier Doch knacken geht Wir müssen uns alles mitnehmen was möglich ist Jetzt wird es sich lohnen Die ganzen Pfeile zu holen Hier ist keiner drin auf jeden Fall Vorsichtig vor dem Glas Und ich kriege den Unsichtbarkeitsdrang Der wird mir vielleicht diesmal nützlich sein Aber ich würde es eher denken Für den Oh Gott Für den Kampf Vermutlich So das können wir ausmachen Hier brauchen wir dann ja einen Schlüssel Achso Ich denke mal hier hat sich nichts verändert Nur gucken ob wir noch weitere Mechanisten finden Tür zu Weil wenn es machen wir Hier da sieht man die Pfeile nochmal Hier ist Feuerpfeil Der ist auch an der richtigen Stelle Ich würde jetzt vermuten Dass die Nicht an der richtigen Stelle sind In der letzten Schwächkeitsgrad Also in denen wo es um alles geht Aber so bleiben wir in Übung So haben wir gleich mal ein gutes Arsenal an Waffen Oh oh Mach ich sie mit dem Schwert kaputt Oder mit einer Mine Machen wir mit einer Mine Hier bin ich Siehst du mich nicht? Ich habe sogar einen Feuerpfeil Hallo? Bist du blind irgendwie? Ich bin hier voll im Hellen Also wenn du mich jetzt hier nicht siehst Jetzt Tja Das war's wohl So Die hat hier das Licht ein und aus gemacht Jetzt könnte ich hier oben lang wieder Aber das bringt mir jetzt noch nichts Diesmal ist das Ding leer Hier ist alles aus diesmal Ah die Melodie kann man noch hören Noch eine Kamera Achso Ich bin so blöd Noch eine Kamera natürlich Ich höre nur das Geräusch Und denke die Kamera sagt Na gut dann gehen wir noch unten Zwei haben wir schon erledigt Ich weiß nicht wie viele es gibt Hier ist diesmal ein Zettel Das ist ein Kreuzworträtsel Number of Talisman needed to open a sealed cathedral Four There can be only Also Ah warte mal Warte mal warte mal warte mal Stift Das wird ein Code darstellen In vierstelligen Parts von Calendus Legacy Das wäre three T H R E E Three Wurde das hinhauen Wenn jetzt hier ein R ist Na doch Ja Four Warte mal Also Zwei Vier Und Das würde sagen Hm Äh Two Äh Zero Also null 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 drei Vier Zwei Ne Two haut ja nicht hin Wenn zero ist Ist one Also statt eine zwei Na eins Zero Dann würde nämlich die letzte Weil es kann ja nur Two hinkommen Oder one Weil seven und eight Und sonst so ein Kram Geht ja nicht Passt ja nicht hinein Also es ist jetzt nur Vom Ausschlussverfahren Also Wie gesagt Bis ich das Die des Aufgespielt wird Muss ich wie gesagt Sterben Und Äh Dass ich nicht sterbe Ist halt Äh Der einzige plausibel Also zero Zero Und hier one Also es ist der Code 0341 Ich behalte aber mal Das Ding bei mir Vielleicht irre ich mich auf Aber Calendless Legacy Und Digitalisman Bin ich mir ziemlich sicher Oh Ein Bot Und die Fallen sind deaktiviert Wir haben aber noch Eine Mine Speichern Speichern Diesmal ist ja nichts Oh da ist jemand Oh muss ich aufknacken Der Raum ist diesmal Auch leer Wie gesagt Diesmal geht es ja Nicht um Loot Also Durfte das auch nicht sein Der hier Oh Und diesmal Darf ich ja rein Ein neuer Abschnitt Okay da gehen wir Später hin Erstmal kümmern wir uns Warte mal Wenn die ganzen anderen Sachen Nicht da sind Dann komm ich glaube ich Auch gar nicht in den Hinteren rein Mit dem Painting Also mit dem Bildchen Aber hier ist noch Einer drin Ich töten muss Wir haben vier Gaspfeile Es interessiert keinen wie sie sterben Ich hoffe sie müssen tot sein Vielleicht sollte ich es lieber kaputt machen Warte mach So jetzt So der ist erledigt Ich glaube da muss ich noch mal Zu der Tante hoch Das war schon immer so hier So hier müsste dann die Mumie sein Oh da liegt schon was Da läuft einer rum Die Fallen sind auch deaktiviert Weil hier gibt es ja nichts Oh hier sind Okay dann lass uns kämpfen Oh den kann ich nicht So Der hatte eine Maske auf der Junge Ah ne hätte ich glaube ich nicht begasen können Da komme ich nicht rein Das hat sich also erledigt Gut Hier gibt es auch nichts mehr zum holen Dann geht es jetzt nur noch nach unten Die Sache ist ja Wir müssen ja sofort wieder runter gehen Welche Libelle stört die Ruhe Okay vorsichtig Und Attentäter Slam Aua Attentäter Slam Okay Soll ich mit einem Pfeil machen Ah man ich will keinen Schaden nehmen Ich weiß nämlich nicht was ich da noch erwartet Und ich habe keinen Heiltrank Ich habe jetzt noch einen Unsichtbarkeitsdrank Was haben wir denn auf der anderen Seite Kamera höre ich Und das Ding Lärmfeil Ich verstehe schon Oh die Musik hat sich geändert Guck mal da rüber Was hat mich gesehen Okay das ist aufs selbe hinaus gekommen Oh ich habe die Kamera ausgestellt Wo auch immer sie ist Wo ist mein Lärmfeil Hier Okay Naja Abschnitt Neue Rätsel Ach hier wäre ich gestorben Hier wäre ich definitiv gestorben Oh Gott Okay warte 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 Ähm Ähm 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4 1 Okay Oh was ist das hier Vorsicht Ich habe das Gefühl Dass das alles voller Fallen ist Wenn er das schon ohne Grund Nicht ohne Grund Vorsicht sagt Smile Your own prime time baby Ähm Was passiert wenn ich jetzt vorlaufe Okay 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 ich muss auf die richtigen Zahlen laufen Fünf Warte mal sieben Aber sieben kam doch gar nicht vor Oder hat das irgendwas anderes zu tun Sieben Sechs Dann vielleicht drei Also ich sehe Da vier und sechs sind auch schon wieder Soll ich sie mir aufschreiben Die Zahlen die ich gerade passiere Warte mal ich mach das mal Mein Blatt ist schon komplett voll geschrieben Sieben Sechs Und als nächstes wäre es drei Ne Fünf Ich bin doof Fünf Sieben Sechs Fünf Wenn ich das schaffe Da eben hinzukommen Aber anscheinend muss ich wirklich so dazwischen springen Dass die mich nicht sehen Die zwei Dinger Und Jump Die zwei Die vier würde mich töten Die eins wäre tödlich Glaube ich Obwohl Warte mal Da ist kein Loch Die eins ist auch noch eine Möglichkeit Und die zwei wäre das letzte Wo man stehen darf Also zwei Also habe ich einen neuen Code Sieben Sechs Fünf Zwei Falls ich den benötige Vielleicht frage mich nur was da hinten so bewacht wird Ich darf die Platten nicht berühren Verstehe Ich hatte erst auch gedacht Vielleicht einen Unsichtbarkeitstrank Drüber laufen Oh das ist eine Kiste Da wäre noch eine Neun Ne Neun wäre auch Äh Ich töte dich Also die eins da drüben wäre jetzt noch möglich Okay Warte mal Schreib Naja die eins brauche ich jetzt nicht Weil ich glaube Das geht's weiter Was Achso Okay aber wie soll ich das schaffen Ich kann jetzt höchstens gucken ob man das knacken kann oder knacken muss Aber dann muss ich das Ding irgendwie ausstellen Ich gucke erstmal ob ich das knacken kann Fuck Soll ich das denn Schmerzen jetzt in Kauf nehmen Wie komme ich jetzt da ran Oh alter Wie gleich dann alles in Luft fliegt Ne das kann nicht die Lösung sein Warte ich muss den neuen Code eingeben Könnte es das sein vielleicht Wow Okay ich muss mal einen extra Speicher machen Ich mach schon so einen Seitsprung Da schreckt man sich schon ein bisschen mit Wow 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 So Jetzt gehe ich da rüber Warte mal das ist auch ne 5 oder sowas wo ich mich geschützt habe So ich probiere es jetzt einfach Achso das Ding ist zu Hm Was passiert da eigentlich wenn ich mit einem unsichtbaren Geiztank durchlaufe Yes Ah ok Da drüben sterbe ich Mit roher Gewalt vielleicht Hat sich nicht danach an So schnell wie möglich knacken ist auch keine Devise Aber wir können es auch mit nichts abwehren Ok warte Ich bin sehr konzentriert Es geht Ich glaube nicht dass das die Lösung ist Dann mache ich mal hier so ein extra save Geht Dann läuft mir auf den Sack hier Aua Ach man ich will doch kein Schaden Ich habe es gerade ohne Schaden geschaut Mann Da ist bestimmt ein Schlüssel drinne Da ist bestimmt ein Schlüssel drinne ein blackjack ein blackjack was soll ich denn kann ich damit die tür öffnen warum ein blackjack warum ich glaube nicht dass ich das geplant ist ich den so rausgeholt habe scout tja so hätte ich es machen sollen da war ein knopf hinter der lampe die habe ich aber auch erst spät gesehen aber mehr gibt es hier nicht im raum also ich habe jetzt hier alles durchsucht ich habe jetzt nur noch eine möglichkeit da ich nicht alle umgebracht habe sondern noch die eine frau da oben mit dem gasfall betreibt da gehen wir nochmal zu ihr und machen sie kalt und wenn sie es trotzdem nicht auslöst dass wir es geschafft haben dann weiß ich auch nicht mehr so jetzt müssen wir noch vorsichtig wieder zurück ich habe das schon so oft gemacht diese rumspringerei ich bin schon gewohnt so dann mal wieder weg hier wie gesagt vielleicht ist ja diese türe erst für den letzten schwierigkeitsgrad relevant und es ist sehr interessant das in dieser reihenfolge zu sehen als wenn ich gleich auf experte gespielt hätte schon interessant das ganze hier so äh bibliothek komme ich am schnellsten hier hin müssen wir sowieso dann gehen wenn wir das anwesen hier verlassen müssen so ah okay jetzt zählt es na gut dann verschwinden wir hier was diese punkte bedeuten weiß ich immer noch nicht aber vielleicht werden sie mir jetzt in der letzten aufgabe etwas sagen in dieses universum auftrag erfüllt so statistik drei von drei secrets und alles umgebracht und ein metallwesen zerstört dann gibt es jetzt nur noch einen schwierigkeitsgrad scuttle so und hier äh sollen wir ja beides kombiniert machen ich gehe am besten erst mal in die mission und wir schauen uns jetzt die gute noch mal schneller an also wir brauchen 1300 you need three sunburst devices to scuttle the space one for each pillar äh toss the demolition charge into the pre-truiled support pillars there in the basement activate the luft it is at least achso hier war das ah stimmt hier war das hier haben wir wachen müssen den loot sammeln und wir müssen äh das in die luft jagen das ganze hier was für ein bomb äh ein bombiger abschluss ach da kommt hier rein halt hier darf ich die wehtun das war nur ein secret bisher noch nichts großartiges habe ich denn die explosiv chargers bei mir ja habe ich aber ich habe nur einen aber wo sind die pillen warte mal hat das hier hat jetzt die bibliothek eine relevanz wo ist das hier oh jetzt ist der luftrank der luftfeil hier unten da ist der wasserpfeil ich habe ein bisschen angst wenn ich jetzt hier lärm mache dass die mich mitbekommen so gaspfeil war da oben wo ist der wasserpfeil war da drüben so naja ist noch der feuerpfeil wenn die lebelle stört die ruhe die können auch lichtschalter betätigen da muss ich auch aufpassen so der verschwindet aus dem raum gut dann könnte ich ja jetzt theoretisch den feuerpfeil verwenden und es hat sich so angehört als wäre das schloss geöffnet worden noch ein sprengsatz also ich musste das tun oh Gott okay vorsichtig Peter hat mich nicht mitbekommen so jetzt haben wir schon die ganzen Sachen das blöde ist nur solange die Wache ist können wir nicht an den Unsichtbarkeitsdrang und den ganzen Kack oh oh also erstmal die Sandbürste Sandbürste weiß sammeln dann die Pillar finden und zerstören und danach abhauen dann muss ich dafür den Receiver oben aktivieren die Artenne die wir gesehen haben ah vielleicht muss ich ihn doch K.O. schlagen der ist eine Weile weg wir könnten es schaffen ihn ohne K.O. zu schlagen das würde funktionieren da dreht sich gerade zu mir jetzt läuft er da rein Stück für Stück das kriegen wir hin so schnell die Kamera rausmachen perfekt so jetzt muss ich nur gucken wann der wieder kommt weil dann können wir nämlich noch die Tür da drüben öffnen und den Unsichtbarkeitsdrang schnappen ich weiß ganz genau wenn ich jetzt davor gelaufe wird der kommen also wissen wir nicht was in den Räumen jetzt los ist da ist er nicht wo ist der da ist er jetzt geht er da rein da brauchen wir eine Weile wir schaffen das ich brauche hier nicht unbedingt umzumorren wäre natürlich einfacher aber ein wahrer Meister braucht das nicht so unsichtbarkeitstrang hier hat sich nichts verändert noch brauche ich den Unsichtbarkeitstrang nicht vielleicht brauche ich ihn ja jetzt wird er nicht seltsam weil oh ein Eiltrank habe ich das letzte Mal den schon eingesammelt stimmt oder es läuft da so lang okay wir gehen nach unten gucken wir mal ob der Popper da unten ist das selbe das selbe gut ich habe es mir aufgeschrieben 0341 wow oder ich schalte ihn aus ah wir brauchen die Flares wobei eine müsste hier sein ne ist sie nicht aber die ist da diesmal ist die Statue so fuck wie soll ich denn das schaffen ich müsste an ihn vorbei dass der dann in den Raum hier in den Raum reingeht und sich umdreht und wir können in der Zeit die Tür knacken oder was ah jetzt läuft er hier lang eigentlich eigentlich wäre es am besten wenn ich ihn ausschalte nee das wird nichts das wird nichts den muss ich ausschalten weil selbst wenn ich schnell bin ich könnte es höchstens schaffen wenn er in eine Richtung in des Ganges läuft aber das ist das dauert dann so Ewigkeiten die Zeit will ich wirklich nicht verballern ich muss alle die ganzen anderen Shit auch nochmal machen jetzt haben wir ja diesmal wachen also vorher also wirklich der erste Spiel ich gerade gerade ist um das Level kennenzulernen das zweite ist um rauszufinden was es hier noch in diesem Level alles gibt plus die Gegner auch wenn es hier ein paar Gegnertypen mehr gibt jetzt und siehst du die Maschine macht ja auch ganz andere Sachen so ich brauche jetzt die Platten noch bleibt der so warte mal ist der Alarm gab es hier einen Lichtschalter kommt ins Licht damit ich euch sehen kann ja scheiße der geht nicht aus dem Raum raus na gut ich habe gespeichert ich gucke mal vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit aber ich werde ihn erstmal ausschalten nee hier gab es keinen Lichtschalter für nur die in anderen Bereichen scheiße bin ich doch gezwungen die Leute auszunocken so hier haben wir nur eine Kamera wir suchen immer noch ein Zahnbürst der weiß ein Zahnbürsten der weiß ah hier war ein Lichtschalter den ich brüchte shit scheiße wie war denn das so Museumstuff only das sind die Platten die ich brauche und das ist das Gemälde so damit sind wir schon ja wir haben noch nicht genug aber hier war noch eine Notiz die war aber nicht relevant das war nur mit dem Bild genau äh mit dem Licht so damit habe ich das hier clean die Lichter hier gehen an sobald ich das die Mumie geweckt habe ich gucke mal hier müsste noch die Falle sein mal sehen ob ich sie auslösen darf so mal sehen ob ich sie auslösen darf der Mumienraum die Todesruhne 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 brauche ich vorher ach man das ist immer so blöd wenn man mit einer Pause spielt ich habe keine Ahnung wo ich die Todesruhne her hatte was ist das für ein Geräusch das leise mich ruft anscheinend hatte ich Moos auf meinen Augen warte mal es ist nichts zu sehen achso ich kann ihn ja nicht niederschlagen ich wollte noch mal gucken ob der Raum jetzt aufgeht erstmal schön mit einem Backstab in den Nacken rein na gut da gehen wir noch nicht rein wir brauchen noch die Rune wo habe ich die Rune her gehabt halte erstmal holen wir uns das das Zeug hier jetzt geht es nicht mehr so einfach jetzt steht immer das Bild im Wege jetzt ist das Licht aus ja aber ich komme doch nicht an die Platte ran ohne den aufmerksam zu machen das funktioniert nicht so wie ich mir denke gerade das hier wird sowieso ziemlich hell wenn ich das so mache so die habe ich ausgeschaltet hier sind aber keine Fallen diesmal also das na gut die Fallen wären für den Roboter ziemlich blöd gewesen so jetzt müssen zwei Flare reichen und mehr nicht komm her gut dass es keine bestimmte Reihenfolge benötigt das würde das Ganze noch ein wenig erschweren so ein Sunburst war mit dabei so jetzt fehlt mir noch die Rune ich weiß wo die Rune war bloß wie habe ich den Raum geöffnet wir können ja mal jetzt hier reingehen das ist jetzt auch ein Roboter das war laut ich habe die ist mal ein Roboter hier was macht der denn da entkommen nicht autorisierter Mensch oh na los schieß doch du bist mit deinen Armen in der Wand tja du rückst dich selbst um Junge komm noch einmal oh aua ich mag das nicht auf diese Weise zu erledigen so jetzt gucken wir noch mal die Falle an so jetzt sind wir wieder hier ich denke mal da hinten geht es dann weiter hat sich hier was geändert? nein ja diesmal geht es hier weiter und hier sind die Pillars na gut okay dann gehen wir wieder zurück weil ich muss noch die Todesruhne Todesruhne muss ich noch so die Todesruhne war nämlich hier fuck die war hier ich weiß nur nicht mehr ob ich das geknackt habe oder hatte ich da doch einen Schlüssel dafür warum ist die jetzt auf einmal hier unterwegs? das hätte ich aber auch gleich von Anfang an machen sollen es wird mir ein Vergnügen sein diese ganz den ganzen Raum hier in die Luft zu springen also die ganze Anlage hier ich bin aber wie gesagt ziemlich äh euphorisch also ich finde ich finde das echt cool gemacht das Ganze also cool wäre es wenn jemand die Mumie auf den Mechanisten locken könnte ah naja wir müssen das schnell machen also safen und dann so schnell wie möglich alles mitnehmen und das Ding schnell versiegeln ah fuck halt warte mal das kann doch nicht alles gewesen sein weil ich habe nur 1200 zusammengekriegt die Dolch darf ich glaube ich schon vorher nehmen oder? ohne dass das Fackelding angeht oder? warum habe ich diesmal weniger Loot? naja komm versuch es nochmal zack so wir haben jetzt oh jetzt ist das ganze Licht an hier 1275 ach ich weiß noch was mir fehlt die Schatulle fehlt mir oben geh nochmal hoch ich war noch nicht überall da oben das habe ich vergessen stechern war hier noch irgendwas außer die Melodie die ich spielen sollte ich stelle mir das richtig schwer vor dass ich das hier zuerst gespielt hätte hier muss ich rein jetzt habe ich es 1300 waren es diesmal nur warum warum war jetzt weniger dabei? ich habe doch genau dasselbe Zeug gestohlen oder doch nicht? egal wir müssen jetzt das Ding in die Luft ja oh nein der Typik kommt na gut hier wird er ja nicht reingehen ich denke mal er wird seine Runde machen wer schleicht hier? noch jemand im Namen des Erbauers was war das? die ist schon wieder unheilige Kreaturen diese Ratten du bist auch unheilig du mit deiner blöden Armbrust naja verlauf dich noch so jetzt aber schlimm ist wir müssen ja noch mal gelangen so diesmal ohne Krach darunter vielleicht komme ich ja irgendwie an den Roboter vorbei der steht so ich habe gesehen etwas so dürfte das Problem ausgemerzt sein wenn der Alarm erst hier lang dann hier rüber dann hier rüber dann darüber dann darüber dann holen wir uns noch den Blackjack wenn er ja im Blackjack drin ist vielleicht haben sie es ja wieder geändert in diesen Schwierigkeitsgrad das ist schon cool mit jedem Schwierigkeitsgrad ist es komplett anders sowas liebe ich das ist genau das was Thief so ausmacht also in den jedenfalls in Thief 1 war das so jeder Schwierigkeitsgrad hat er da irgendwie was anderes an sich deswegen motiviert mich das auch gerade so sehr Glasses of True Sign damit kann ich irgendwas sehen wahrscheinlich so jetzt muss ich hier irgendwie rausfinden wo ich was springen muss oh das sind Statue oh ich habe so ein ungutes Gefühl ach hier sind Holzbalken warum habe ich gerade so so Boneyard also sagen wir mal Katakomben Flashbacks after dropping into the room you get health you put your own new glasses ah verstehe weil ich das die Brille trage sehe ich natürlich was hier vor Phase ist ich darf nicht von den Dingern berührt werden so hier kann hier ist der erste Schacht Pillar 1 ist now ready okay ich darf ich weiß ihr wollt gerne wissen was passiert okay es gibt genau das was ihr gedacht hattet das ist der nächste Pillar ohne Glas also ohne ohne Sonnenbrille wäre es bestimmt viel viel schwerer du musst genau gucken wie guckt die Statue Pillar 2 ist now ready das Problem ist es bringt nichts drüber zu springen oder oh die sieht mich nicht weil das Ding davor ist okay das ist so cool gemacht warte mal die Statue doch die guckt Richtung Pillar aber da ist ein ein Balken im Weg den ich zum Beispiel gehen könnte da komme ich nicht durch da guckt direkt so ein Pillar drauf zur Säule sorry ich soll ja nicht so viele englische Vokabeln verwenden kann ich an ihr vorbeischleichen warte mal ob das so geplant ist aber wie sonst weil wie willst du sonst hier weiterkommen so bevor ich den reinschmeiße mache ich nochmal ein Save so und jetzt muss ich beim Receiver aktivieren ein Glück dass hier kein Zeitlammle ist oh danke noch ein Seilfall ach da ist mein Seil ich dachte mein Seilfall ist verschuldet aber ich hab's nur ich hab mich nur verguckt so dann haben wir beide in der Tasche so hopp und hopp und hopp so jetzt hoffe ich hier stört sie wird mich jetzt nichts mehr stören der Roboter ist leise das ist so kurz davor und da macht er so eine Scheiße da mache ich so einen Anfängerfehler aber wirklich Anfängerfehler das einfachste von einfachem vorsichtig von irgendwo runter zu gehen ohne Lärm zu machen das ist wie so ein Mäusehusten der hat mich sofort gesehen danach na gut ein K.O. hab ich gemacht und eine Maschine ausgeschaltet jetzt muss ich in die Bibliothek also wir sind noch nicht 100% durch aber so gut wie oh genau jetzt kommt noch eine Wache jetzt muss ich nur gucken wohin ich gehe also am besten wäre da oh Gott ich wollte eigentlich direkt reinspringen das hat aber nicht so ganz geklappt okay schnell hoch und da ist der Schalter yes boom Junge boom wir haben es geschafft oh mein Gott jetzt kann ich ja nicht diesen Zettel wegschmeißen oh Statistik was mir hat was gefehlt ein Taschen da gab es noch Taschendiebstähle die hat aber nichts bei sich vielleicht die Archer die mit dem Crossbow war es mal da hinten die hat er auch keins gehabt oder der Typ hat er auch keine Tasche gehabt das ist egal ich werde es später in der Aufnahme lesen also lesen nachschauen wenn ich mir die Aufnahme nochmal angucke so wir verschwinden hier dann verzichte ich halt auf das eine so jetzt aber wirklich so gut properly paranoid haben wir es geschafft das war mal wirklich eine ziemlich grandiose großartige Mission und auch die Schlussmission vom Comic 5 Contest das war die letzte Mission die habe ich ein bisschen hinausgezögert aber genau aus diesen Gründen weil ich halt noch die ganzen Sachen rausfinden musste und mich das mal durchgestängelt habe und weil ich auch sehr viel Zeit gerne in sowas investiere deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell fix die Bewertung durch das Video ist bestimmt schon lang genug Gameplay gebe ich hier mal eine verdammt gute Punktzahl weil die Rätsel nicht zu fies waren man brauchte schon ein paar Thief Insider auf jeden Fall also man musste auf jeden Fall die Originalmission Thief 1 durchgespielt haben man musste sich mit der Fanmission Community auskennen und man musste so allgemein so Sachen wie versteckte Schalter und kleineren Tricks das musste man schon ein bisschen mal kennengelernt haben so als Einsteiger würde ich hier sagen kann man noch Klepto spielen aber alle anderen da muss man schon wirklich fortgeschritten sein dass man das so meistern kann und ja wie gesagt Einschalter war wirklich fies aber ansonsten wirklich geil gemacht eine Story gab es jetzt hier nicht großartig also kann ich hier keine große Punktzahl geben es gab keine Art Story sondern man ist jetzt hier und macht seine Puzzles und atmosphärisch war es definitiv die Musik hat genau richtig die Stimmung gewechselt als wir zum Beispiel im Keller im Basement direkt waren und wo wir dann die ganzen Bomben gelegt haben und alles das hat ganz gut gepasst das sah auch so atmosphärisch gut aus also es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht das weiter herauszufinden was kommt mir jetzt als nächstes hervor welche wahnsinnige Aufgabe kommt jetzt sehr gut gestaltet Effekte gut passend gemacht und ja auf jeden Fall richtig top die Mission kann ich echt nur empfehlen ja das war Probably Paranite jetzt verabschiede ich mich wirklich und vom Comic 5 Contest man ich kann nicht mal reden und hoffe ihr habt viel Spaß damit wenn ihr es mal selbst spielen solltet oder vielleicht eine andere in dieser Mission wir sehen uns bis dann Tschüss bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.